ja hallo liebe pilzfreunde ich bin es wieder euer charlie mit einem neuen pilzefilm befinde mich hier im dammloser wald und ich will mal gucken ob es hier pilze gibt wir haben jetzt anfang oktober ja dann kommt man mit wünscht mir trifftriff und viel vergnügen mit diesem film ja auch hier geht die pilze langsam vorbei wir haben schon ein paar gefunden aber es geht vorbei so hier habe ich einen kleinen birkenpilz gefunden ja hier haben wir goldröhrlinge die schneide ich jetzt ja das ist noch ein guter goldröhrling und auch kleine an diesem baumstuken kommen kleine trameten raus auch diese jungen flaschenbowiste werden ins körbchen wandern guck mal schönes korallenwachstum hier ja zu den leistlingen gehört diese art das sind die toten trompeten also das ist ein leistling der leider keine leisten zeigt ja aber ein ganz hervorragender speise- und würzpilz das ist richtig schön so eine stelle zu finden ja hier finde ich noch krater rellen ja also da fühle ich mich ja bald zu hause im sauerland hier gibt es hier auch auch hier wieder ein dachpilz das dürften ja auch irgendwelche trameten sein sehen hervorragend aus ja hier sind ein paar goldröhrlinge die nehmen wir mit ja hier sind wieder schwefelköpfe wir gehen die mal umdrehen das sind grünblättrige wir sind leider nicht das ist ja ein grauer wurstlinger ziemlich großer daher haben wir wieder ein täubling ich habe seinen kollegen hat schon probiert das ist ein essbarer ja frauen täubling oder sowas ein ledertäubling täublinge das sind hale kiene die im wald zu bestimmen ist schwierig deshalb gibt es immer die täublingsprobe probieren ja hier stehen steinpilze mal gucken ob der noch gut ist leider nicht der ist voller maden ja hier haben wir noch einen schönen steinpilz ja der ist ganz ohne maden ja da sieht man keine made sehr gut das hier ist ein riesen steinpilz möchte das mal wieder zeigen ich nehme mir mal hoch guckt euch mal diesen okulyten an ja guck mal flo was ist das hier der ist bald so groß wie der hund hier sind ein paar glimmertindlinge sehr schön hier die knoblauchschwindlinge hier steht ein rotfüßchen das ist aber schon zu über alter das lassen wir hier im walde ja hier steht alles noch mal voll mit toten trompeten ja die sollen wir natürlich nicht im wald lassen wunderbare pilze hier haben wir einen abdruck von einer toten trompeten stein abdruck da ist er ja hier haben wir noch einen knollenbetter pilz da müsste man dann riechen der riecht so richtig nach kartoffeln nach kartoffelkeller nach alten kartoffeln ja gerade haben wir den weißen knollenbetter pilz hier haben wir jetzt den grünen den grünen knollenbetter pilz beides tödlich giftige pilze das ist ganz interessant wir sind lacktrichterlinge die kommen ja direkt aus dem baum raus aus dem stoken aus dem halben stück holz dieser kleine rote geselle ist ein speiträubling ich habe den schon probiert also richtig scharf sind die so jetzt haben wir jetzt beschließen wir das gleich und gehen hier aus dem wald raus quasi ja da ist trüffelhund und hier haben wir unseren trüffel eimer das ist also was soll ich sagen die toten trompete ist der pilz des tages gewesen davon stand wirklich der ganze waldboden voll wir haben goldröhrlinge ein paar täublinge ja und dann rotfußröhrlinge und 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 sogar ein paar steinpilze gefunden ja da bleibt mir nur zu sagen trüff trüff habe ich gehabt und ich wünsche euch viel vergnügen gehabt zu haben bei diesem film und sage tschüss bis zum nächsten mal das war dann schon mal das war dann schon mal